hallo freunde willkommen zurück auf der italia ja in der letzten folge gab es ja gut problemchen ja mit den ballen lagern ihr seht ich habe da hinten die silage aufgestapelt und gleich euch was aber rüber also das hier sind die silage ballen die ich die wir zuletzt gemacht haben und ja das sind ja nicht gleich silage ballen das sind ja gras ballen das ja das problem dementsprechend die gären gerade noch vor sich hin kurz zeigen sind jetzt bei vier prozent so das hatte ich nicht beachtet und im zweiten ballen lager da hat mir silage reingepackt bzw wir haben diese ballen da rein gepackt die ja streng genommen noch gras sind und dann hatte ich silage geholt weil das lager das fürs stroh gedacht war hat ja nicht so richtig funktioniert also wollte ich dann austesten okay funktioniert das silage lagern wenigstens noch und das nahm auch nichts mehr an und dann war ich total frustriert bis ich dann realisiert habe da seht ihr schon was gleich kommt bis ich dann realisiert habe moment du versuchst gerade silage und gras zu vermischen das nicht schlau dennoch das hat alles so nicht hingehauen hier ist noch hier ist noch ein rest hier hatte ich nämlich noch dieses kleine ballen lager festweise gesetzt um zu schauen ob ich einfach mehr abstand einhalten muss und ist vielleicht daran liegt und hatte das hier relativ weit weg gepackt aber auch das hat nicht funktioniert also ich habe den fehler nicht herausfinden können wieso das nicht hingehauen hat und jetzt habe ich ich bin den kredit gegangen also erstmal bin ich auf google gegangen und youtube und habe mich ein bisschen umgeschaut und dann habe ich diese ballenlager gefunden plus natürlich gibt ja jetzt auch die eine neue variante dann mit angekoppeltem lagersystem und so ganzen krams und man kann unterschiedliche güter halt ins lager packen das möchte ich gar nicht haben ich wollte das so separat haben und da ganz großes lob an das hot team die haben gemoddet jetzt muss ich einmal gucken dass ich in die arbeitsstellung zurückgehe bevor ich hier vorbeifahre sonst hätte ich da holen ich habe stroh drauf dann kann mir eigentlich nichts passieren so dass hot team hat nämlich diese wundervollen ballen lager gebaut von oben gucken hier na oder wir machen es anders stellen uns davor und gehen in den mein lieblings modus den fotografie modus der schon wieder spiegel verkehrt ist warum das verstehe ich immer nicht so da sind die neuen lager jetzt die gibt es für gras für stroh für silage und für heu also sehr cool und da geht richtig was rein muss ich sagen ich weiß gerade tatsächlich gar nicht wie viel ein paar millionen liter sind es wenn man so möchte vielleicht noch mal von einer anderen seite schön mit dem traktor davor das doch ganz cool oh ja das sieht schön aus da ist nicht gut da sind sie und ihr seht das strohlager da ist schon ordentlich was drin mal kurz nachgucken wie viel oha 1,389 also knapp nicht ganz 1,4 millionen liter wo sind hier schon drin und ich habe frustriert stroh verkauft an meiner bga und habe dann aber nachgeschaut und gedacht moment wie ist denn der preis eigentlich gerade und musste feststellen der preis ist aber ganz unten weiter nach unten geht es nicht aber gut zu wissen ich werde das stroh an meiner bga los und das ist dann auch direkt weg das befüllt auch gar nicht erst die bga das kann ich da also dann bei gutem preis leistungsverhältnis hier in der nähe raushauen soll ihr ladet ab hier vorne auf den trigger und wie gerade gesehen verschwindet der ballen dann hier direkt im lager und wenn ihr es ausgebt dann könnt ihr unterschiedliche möglichkeiten wählen wie das daraus kommen soll und das wird dann hier an der seite aufgereiht können kurz rein gucken so jetzt könnte ich sagen was wir haben ja nur stroh ok jetzt könnt ihr sagen was für eine art ballen wir haben rund ballen rein gehauen aber eigentlich kleinere oder gibt es kleinere ne gibt nur größere ich werde immer größer also bis 11.000 liter 5 7 1 halb und 11.000 liter rund ballen und dann habt ihr hier noch unterschiedliche quader ballen zur auswahl die ihr hier auswerfen könnt wir werfen einfach mal den rund ballen aus okay zack und dann steht er hier so schaut es aus da wieder hingepackt sagt dass er wieder drin dann können wir uns auch mal größeren angucken stroh gibt uns mal den ganz großen rund ballen das müsste glaube ich dieses format opa ja wollte ich gar nicht hin das müsste dieses format baumwolle sein glaube ich ne oder doch kommt das hin ist es das baumwoll ballen format oder sind die noch größer bin mir gerade nicht ganz sicher der braucht ein bisschen länger und dann ist er auch wieder weg gleiches prinzip bei der silage da weiß ich allerdings nicht genau gibt es die gleichen formate können wir mal kurz schauen aktuell 84.000 liter drin aber ich habe auch das keil silo noch nicht leer gemacht also hier ist eine hier sind 24 ballen drin also klar 85.000 liter aber hier gibt es tatsächlich na sind ein paar quader ballen weniger ne da gibt es nicht ganz so viele formate ja so schaut es aus und ich finde das schaut gut aus das schmiegt sich hier schön in die linie mit ein einmal so rum das heißt ich kann hier am rand jetzt auch noch mal was abstellen eigentlich wollte ich die ballen ja gerne hier auf der seite haben aber mittlerweile finde ich es auch gut dass die hier drüben sind so wie sie eingepasst sind bügt sich das da gut ein ich habe die gleise ein bisschen aufgeschüttet da hinten hatte ich das auch schon gemacht einmal auf der seite hier und einmal auf der seite hat mir quasi selber so gewisse bahnübergänge gebaut damit ich hier nicht immer rückwärts rein und raus muss rein oder raus je nachdem sondern ich kann jetzt hier so einen kleinen weg folgen durch die bäume am baum rechts muss man ein bisschen aufpassen habe ich schon dran hängen geblieben und dann kommt man hier wieder raus ich glaube das ist absolut sinnig so jetzt müssen wir aber manuelle tatsch wieder einschalten das war hier das hatte ich nämlich im moment das ist an ja ich habe ja ich habe den kompletten rechner neu gestartet ich habe alles probiert um die mod die ich da vorher verbaut habe zum laufen zu bekommen aber das wollte partout einfach nicht und an den ballen kann es also nicht gelegen haben weil hier in der mod von hot wurden die ohne probleme einfach reingezogen da gab es keine verzögerung nichts keine problemchen einfach gesetzt draufgelegt die ballen und zack waren sie weg ja so der stand hier was haben wir jetzt noch zu tun gucke mal kurz auf die zeit ja doch wir können anfangen uns gedanken darüber zu machen da unsere felder endlich anzugehen das wird jetzt ganz dringend zeit und ich bin mir nicht mehr ganz sicher wo habe ich mein grubber hingestellt habe ich hier rein gepackt ne ja da steht er da steht unser front grubber ich wollte aber einmal schauen was wir fahren einfach eben im traktor rüber ob wir mulchen müssen oder nicht ich weiß es nicht genau ich meine nein oder flügen das macht sich echt gut da hinten im hintergrund könnte ich natürlich auch übers menü nachgucken aber wir donnern hier einfach mal eben rüber was war denn das war das gerste ich weiß es nicht mehr genau hier steht noch ein rest 8 abs war das ne wir hatten hier abs unkraut wachs sind das kleines bisschen steht hier noch nach gab es müsste man eigentlich nicht mulchen wenn ich mich nicht täusche kurz nach schau an da ist ja direkt dahin gesprungen kurzen nach und zur sicherheit grubbern wo es mit mulchen kalken dünn mulchen durch das aufbringen einer schicht aus biologischem material auf den boden verbessert das mulchen den boden und damit auch den ertrag deiner pflanzen verwende einen mulcher auf den stoppeln nach der ernte bevor du das feld bestellt dies gilt für alle früchte die stoppeln hinterlassen das haben wir hier überhältst einen bonus auf deinen ertrag bei der nächsten ernte beim anbau von traubenreben und oli oder olivenbäumen grubbert man zuerst anders als bei ernte stoppeln und mulcht einige zeit später ach so erst grubbern und dann mulchen okay sobald das neue gras zu wachsen beginnt also anstatt rüber zu mähen mulcht man dann drüber okay das ist auch wichtig weil wir haben jetzt ja traubenreben die wir auch vorbereiten müssen im grunde schneidet man das gras zurück um das wachstum von unkraut zu verhindern okay gucke ich dann wahrscheinlich noch mal rein um sicher zu gehen aber gut zu wissen das hier sieht mir sogar aus danach als wäre das ein rapsfeld gewesen auf dem bild jedenfalls so ein bisschen ich sehe auf jeden fall stoppeln das heißt ein mulcher würde uns gut stehen ich muss ein bisschen aufpassen ich bin jetzt also eine eine so ein silage lager kostet 50.000 euro und ich habe ein bisschen silage ich hatte ja ein bisschen stroh verkauft das hat jetzt nicht wirklich allzu viel gebracht weil die waren gerade bei 57 euro also ich habe 269 euro pro ballen bekommen das war jetzt nicht so der ober knüller das heißt ich bin noch mal 100.000 in den kredit gegangen bin jetzt bei 400.000 in den miesen aber dennoch benötigen wir ja maschinen für den wein anbau werde ich höchstwahrscheinlich erst mal mieten ich habe so ich habe schon equipment im kopf mal gucken das meiste ist sogar aus der aus der empfehlung heraus die es hier immer gibt hier immer die empfehlung für trauben da hatte ich mir relativ viel von ausgeguckt weil ich damit jetzt auch bisher tatsächlich noch nicht gespielt habe bis auf ein oder zwei abweichungen mehr aber auch nicht aber mulcher werden wir dann ja wahrscheinlich häufiger brauchen allerdings so einen kleinen wie wir den dann beim wein benötigen er hilft mir nur gar nicht also mal gucken was die hier so haben sechs meter finde ich gut sechs meter geht in die richtige richtung das so liegt ja auch unser grubber wobei ich bei dem schon überlegen bin ob ich nicht vielleicht doch mal eine nummer größer gehen sollte wo es doch jetzt mehr felder werden mal schauen 21 26 meter 24 1550 der lag bei 25 1500 also würden wir hier ein tausender sparen vorigo rota italia bis jetzt ist es der dann wenn wir hier schon italia mit drin steht zwei meter 70 katrina guck mal den haben wir auch verholt stream fahren die muss ich auch mal wieder auspacken mensch neun meter eigentlich wie gemacht vor allem weil es sich so super zusammenklappen lässt ich sollte vor allem mal gucken ob ich nicht doch irgendwo in mulcher versteckt habe aber ich glaube nicht ich habe nur die walze wie viel hat die walze bei mir auch sechs meter ich bin hier ziemlich auf sechs meter ausgelegt aktuell hier hinten kommt wahrscheinlich nicht mehr so viel 280 neun meter dann braucht man aber noch ein front mulcher dazu also katrina oder origio rota italia würde sagen das wird das gute stück hier design walzen zwillings bereifung a ok ja was was nimmt man da verändert das irgendwie die funktion das hatte ich ja auch mal auch verkriebe ich hoffe nicht zwillings bereifung sieht aus als würde sich das dann angenehmer waren lassen wobei die walzen macht auch sinn dass man da noch mal drüber falls wir bleiben aber bei den walzen winkel des designs verändert den kostenpunkt nicht das ist dann einfach nur das design ok ja keine ahnung bleiben wir mal bei 0 oberlenker position hoch oder niedrig ach so hier vorne hoch zapf welle die kann geld bleiben auswurf blechwinkel ist wahrscheinlich das oben machen wir mal 50 prozent konfiguration mulcher was gibt es denn noch mit technik bleib mal bei mulcher wir wollen mulchen 24.550 euro jetzt ist die überlegung wie oft brauche ich den mulcher wie viel weil aktuell 100.000 auf dem konto na gut ich habe es lager voll habe silage ohne ende die ich demnächst dann auch aktuell ist der preis richtig mies also nein aber demnächst dann in zwei drei also drei vier monaten werde ich anfangen die weg zu hauen aber ich glaube jetzt werde ich mir den erstmal mieten und zackig durchziehen weil ich auch nicht genau weiß auf wie vielen feldern ich den jetzt einsetzen kann so einmal gemietet und ich habe keine ahnung wo mein frontgewicht hin ist da wollte ich auch noch mal ein zweites holen ich glaube so ein tausend ist schon relativ viel gab es hier nicht mal irgendwo gibt es so schöne selbstgemachte bürer mit so einem stein mit transport box 290 kilo die mag ich nach wie vor unheimlich gern irgendwo gab es noch so eine box konnte man sand reinmachen der war es nicht hier der ballastkasten und messi ferguson ist das da kann man jetzt sagen manchmal sand rein und dann kostet er 700 euro kann man noch zudecken oder auflassen ich lasse den einfach mal auf das holen wir noch dazu na dann nehmen wir ein deutsch ja wir nehmen den deutsch los geht das hier sollte ich tatsächlich auch mal kontrollieren ich habe gar nicht mehr nachgeschaut ob ich noch düngen muss oder ob ich schon ob ich es verpasst habe das kann nämlich gut sein dass das an mir vorbei gegangen ist gedüngt 100 prozent ein glück alles richtig gemacht sehr schön so einmal frontgewicht mit lenkrad genial wie schon dran ausreichend anheben werden wir gleich nach vorne gezogen so sieht das gute stück aus okay hier ist es sieht aus als wäre da so eine so eine frischhalte folie drüber aber okay aber schon eine ganz coole sache finde ich das ist natürlich ein bisschen doof denn der mulcher muss ausgeklappt sein beim ablegen das braucht wieder unnötig platz aber okay ja das war glaube ich eine gute idee mit dem gewicht das könnte sonst in die hose gehen hier mit dem fahrn man soll das ja auch lesen können unser neuer mulcher ich präsentiere sehr gut einmal zusammenklappen wunderbar das ist doch spitz mäßig auch zum feld um dann festzustellen ach so ist gar nicht unser neuer mulcher es ist das neue leasinggerät so um dann festzustellen ja nee raps doch nicht mulchen das würde ja generell passen wenn bei mir mal was nicht hinhaut ne aber schön wäre es auch wenn es mal wieder rund läuft das war jetzt schon die letzten folgen so ein bisschen deprimierend muss ich sagen so sechs meter hat das gerät ich schaue mal ob ich für dieses feld vielleicht schon ein kurs habe du bist die 27 habe ich noch nicht okay dann kriegt fällt 27 jetzt einen sechs meter kurs verpasst damit wir den haben zielposition hier vorne würde ich sagen sechs meter machst du ja vier runden ist gut scharf ist auch gut mach mal ruhig neun pol mit den acht prozent bin ich eigentlich ganz gut gefahren das passt schon kurs speichern aktivieren 6 meter ja alles mögliche 6 meter also grubbern ist glaube ich auch 6 meter dann verpassen wir hier dem feld ein grubber kurs denn dann kann ich möglicherweise später ein cosplay übergeben wir fangen aber erst mal manuell an und gucken mal wie sich das gerät macht das hier mit mit viel sound auf jeden fall aufklappt runterlassen das geht recht zügig anschmeißen und ja doch das ist definitiv eine struktur veränderung und für mehr ertrag tun wir natürlich viel nicht alles aber viel so gelernt nach so einer raps ernte oder whatever auf dem feld direkt nach der ernte mulchen dann grubbern und und in meinen weinreben erst grubbern und dann hinterher mülchen das soll ja auch vernünftig sein einigermaßen vernünftig also ein bisschen überlappen ich glaube hier habe ich das feld kaputt gemacht das muss ich dann beim grubbern mal nachkorrigieren ich glaube dass ich die mod drauf habe dass ich mit dem grubber auch felder erstellen kann und dann gehe ich da über die kleine ecke einmal kurz rüber und dann hat sich das das geht relativ zügig von der hand würde ich sagen ja da kommt natürlich das volle programm weil das feld hatte ich ja übernommen da war bereits angesät mit raps das heißt hier sind auch noch keine steine gesammelt und nichts meine ich jedenfalls dass ich es fertig übernommen hatte und wir nicht selber angesät haben ein bisschen raus das heißt das programm werde ich hier dann auch noch mal nachziehen das ist aber gar nicht so leicht zu erkennen hier der unterschied so wo war ich schon und wo noch nicht wenn man in die ferne guckt geht es aber wenn man direkt auf die stelle guckt auf der man gerade fährt finde ich ist gar nicht so 100 prozent ersichtlich sicherheitshalber so ein bisschen mehr überlappen sieht man den hoften von hier einigermaßen ja ja doch was ich mir auch noch mal angucken muss sind die die hühner das macht mir ein bisschen sorgen nach wie vor kommt da irgendwie nichts bei rum obwohl 600 600 hühner im stall sind die auch schon ein ein bisschen eier gelegt haben putter ist ausreichend da 11.000 liter sind da noch drin also halb gefüllt produktivität ist gerade aber nur auf 89 prozent gesundheit auf 90 ich weiß nicht ob es ich meine ich hatte ja noch mal aufgestockt ob es halt daher kommt das könnte gut sein ich glaube dann wird es neu berechnet ne aber auch vorher hätten die ja schon mal ein bisschen in gang kommen müssen theoretisch jedenfalls erwarte ich das also vielleicht muss ich da beim hühner stall noch mal ran obwohl ich den eigentlich ganz cool finde aber ihr seht es von hier da steht die palette mit zwei trays drauf ich war eigentlich der meinung dass es etwas schneller gehen müsste mit der eierproduktion vielleicht vertue ich mich auch kann natürlich auch sein so ich würde sagen machen das jetzt so wir gehen hier schon auf die bahnen bei einer runde ja doch ich mache noch eine runde eine mache ich noch hat mal ein bisschen mehr spielraum ah so sieht man es gut perfekt so ein bisschen biologisch bleiben und die vorhandene biomasse hier unterbringen und nutzen optimal und an dem feld hier finde ich merkt man naja sechs meter sind nicht schlecht aber theoretisch gingen auch neun aber der händelt sich hier sehr gut muss ich sagen man ist schön beweglich damit ziemlich präzise und da der jetzt nicht angehängt ist wie der katrina mulcher der dann da ja hinten dran hängt wie so ein wie so ein größerer grubber oder eine sämaschine funktioniert das hier echt einwandfrei zügig von der hand gefällt mir also das könnte tatsächlich unser mulcher werden wenn ich mir mal einen kaufe so hier sieht man auch jetzt die ganzen steine dann ist das feld definitiv nicht von von mir bestellt worden die hätte ich runtergesammelt alleine schon weil ich den kalk haben will wobei ich ich habe mich ja umgezogen es ist euch sicher aufgefallen ich habe nicht mehr die baumfäller klamotten an sondern habe jetzt wieder schwarzes t-shirt und jeans meine ich da kommen eine machen wir noch dafür musste ich zur hochfläche oben zum umziehen und habe dann gesehen oh hier steht aber noch gut kalk rum den ich irgendwie gar nicht mehr auf dem zettel hatte und mittlerweile habe ich die fläche oben auch schon gar nicht mehr so richtig auf dem zettel muss ich sagen aber sie abzustoßen lohnt sich irgendwie auch nicht so richtig das hatte ich festgestellt das waren so ein paar läppische 1000 euro die ich dafür bekomme das interessiert mich gerade das möchte ich einmal wissen wie viel kriege ich für die fläche hier oben theoretisch ah da gehört die Wiese auch zu ah ne hier der kleine Part so naja wert 25.000 euro also das ist tatsächlich doch noch Kapital das ich in der hinterhand habe die Wiese hier zählt einzeln ja 25.000 euro ist das Stückchen hier wert nicht ganz zu vernachlässigen falls ich mal doch mal ganz dringend Geld brauche weil aktuell steht da jetzt tatsächlich gar nichts mehr was ich überlege ist ob ich da oben nicht das ganze Mähequipment hinpacke weil da halt die beiden großen Wiesen sind dann wäre das ja relativ naheliegend dass ich das da unterbringe jetzt gerade steht es hier unten am Hof naja und sauber machen muss ich auch noch es ist noch brutalst dreckig ich habe ich bekomme fast das Gefühl dass sie dem Zug hier irgendwie mehr Geschwindigkeit verpasst haben der ist ja richtig flott na ja der Deutz mit dem Mulcher zusammen das gefällt mir gut muss ich sagen wenn so ein ganz kleines bisschen stehen bleibt das ist okay aber wenn ich da nicht genug aufpasse stört mich das schon ein bisschen ran hier 18 kmh es kommt mir schneller vor muss ich sagen ich habe irgendwie das Gefühl dass ich schneller wäre aber naja gut so jetzt gehen wir aber mal auf die Bahnen hier sauber sauber ich wollte eigentlich mehr so in die Richtung nein mehr so in die Richtung ja genau genau so ist das gut so müsste es einigermaßen hinkommen ab dafür da er macht sich gut der roto italia ich liebe diese diese sicht hier oben mit den mit den serpentinen das ist schon mega cool perfekt so hier machen wir das jetzt einfach mal eben eiskalt so hat keiner gesehen hier hebe ich jetzt auch nicht an daher ziehen wir nochmal richtig schön rüber dass das auch gut gehäckselt und verteilt wird so ein Mulcher häckselt oder würde ich jetzt mal vermuten ich kenne mich da ja nicht so aus oder gräbt der um ich weiß gar nicht was was mulchen bedeutet komm machen wir wieder zebrastreifen hier ah ne doch nicht will er nicht ok aber beim mulcher ich bin irgendwie ich bin nicht auf sechs meter hier bei vca da sind eher so hier 50 5 meter eingestellt gleich mal nachjustieren beziehungsweise wir machen das anders wir gucken jetzt mal ah ja der würde ganz anders fahren haha spitzmäßig wo wäre stopp wo ist denn das stopp zeichen auf welcher seite da ist stopp ok dann schicke ich den jetzt nämlich einfach hier auf die bahnen so richtig ergibt es keinen sinn ich folge ich folge den kurz so ein bisschen auch wenn ich jetzt falsch rumfahre das nee das wäre richtig rum aber auf der anderen seite ist falsch rum da geht es da hoch ja ich hätte den da hinten anfangen lassen sollen das war hier jetzt gerade nicht so schlau ich schicke den hier hoch und dann übergebe ich so ja das sieht doch gut aus ah dann genießen wir noch ein bisschen den blick fantastisch ich würde sagen ich war sogar schneller hier unterwegs spitzmäßig dann springe ich hier raus lass den nochmal fahren ja von wo hoppala meine funkmaus war alle jetzt musste ich auf kabel gebunden wechseln und bleibt mit dem kabel immer hängen weil ich das überhaupt nicht mehr gewohnt bin aber ich habe halt vergessen sie aufzuladen also selber schuld ich wollte jetzt mal schauen wie das quasi von hier aussieht wenn man von hier jetzt hoch steigt wie denn der der blick jetzt so ist oh das nimmt richtig gut formen an würde ich sagen das hat das hat doch was hier mit dem Hof oder der Hof der sich richtig schön an die BGA anschmiegt so habe ich mir das vorgestellt perfekt cool cool bin gespannt was ihr sagt vor allem was ihr hier zu den neuen Ballenlagerplätzen sagt gut dann soll es das für heute aber gewesen sein Freunde ich hoffe es hat euch gefallen hoffe ihr hattet Spaß es war mal wieder ein bisschen weniger Chaos als sonst bin gespannt was ihr zu den Ballenlagern sagt und zum neuen Mulcher lasst mir gerne einen Daumen da schreibt mir gerne einen Kommentar und wenn ihr noch auf dem Kanal seid natürlich gerne ein Abo ich sage danke fürs Zuschauen bis zum nächsten Mal ciao ciao